Willkommen zurück zur zweiten Aufgabe der fünften Kampagne. Hier geht es wieder darum, alle Fahrzeuge heile in Zielbereich A zu bringen. Habe ich ein bisschen für gebraucht. Ich habe hier auf dieser Seite so eine wunderschöne Sprungschance gebaut. Hinten extra ein Holzbrett, ich meine das bricht ab. Hier auf dieser Seite habe ich mit Holz dafür gesorgt, dass das Auto nicht direkt alles zerstört, sondern immer halt nur ein Teil. Quasi ist der Holzbereich der Aufprall für das Auto, der Metallbereich der Aufprallbereich für den Bulli und hinten der Bereich für den LKW. Aber ich habe nur 19.003 Materialien gebraucht. Ein bisschen wäre noch drin gewesen. Wenn ihr weniger braucht, schreibt es mir in die Kommentare, mich würde es interessieren. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.